Die geheime Rezeptor mit 7x13er System dürfte euch, denke ich, aus älteren Videos bekannt vorkommen. Das ist die Tabelle auf der linken Seite und zwar wir haben uns die Zahlen von 1 bis 49 aufgeschrieben, das Quadrat dementsprechend nochmal um 90 Grad gekippt, sodass alle Zahlen die freie Bahn haben, sich nach oben bewegen zu können. Ihr wisst ja, dass die Lotto-Blocks alles dran setzen, um meine Systeme zu zerstören. Auf das alte Ziehungsgerät hat die Tabelle hervorragend funktioniert. Jetzt, nachdem sie das Gerät umgestellt haben, läuft das Ganze nicht mehr so gut. Deswegen stellt sich die Frage, gibt es eventuell noch eine gegen- oder eine vergleichsweise ähnliche Alternative, wie man eventuell das System trotzdem weiter anwenden kann. Ja, es gibt noch so ein System und zwar das 10x10er Quadratsystem. Vom Grundstruktur her ist das Ganze genauso aufgebaut und zwar wir haben die Zahlen von 1 bis 25 hintereinander aufgelistet. Ich markiere euch das Ganze in gelb. Wir haben hier oben von 1 bis 5, hier haben wir 1 bis 5 gespiegelt, 6 bis 10, 6 bis 10 gespiegelt und so weiter. Die gleiche Konstellation haben wir natürlich auch unten durchzuführen und zwar wir haben von 26 bis 30, 26 bis 30 gespiegelt, 31 bis 35, hier genauso gespiegelt. Hier sind zwei freie Felder mit Fragezeichen, theoretisch könnt ihr aus der Spalte jede beliebige Zahl hier unten einsetzen. So, jetzt führe ich euch mal vor, wie das Ganze hier zustande kommt und zwar das hier sind Zahlen aus Mittwoch, der 22.02., also von gestern. Und wenn man sich jetzt das Ganze auf der linken Seite anschauen würde, zum Beispiel die 9 wiederholt sich nur einmal hier. Wir hatten ja hier eine Diagonale, welche rausgeschmissen wurde. Hier wiederholt sich die 9 zum Beispiel zweimal. Also hier auf der Seite zu spielen, scheint schon mal etwas sicherer zu sein. Und das allerbeste ist, wir haben hier ein Quadrat, hier nur ein Rechteck. Das bedeutet, sollte hier natürlich die Verschiebung auf jeden Fall funktionieren, dann kommt es zu mehr oder höheren Gewinne als hier drüben. Hier geht das Ganze mehr in Reihe, hier mehr in Spalte. Also man muss halt eben schauen, wo das Spiel am besten läuft. Dementsprechend kann man vielleicht sich auch mal für die richtige Seite entscheiden. Am besten immer hin und her pendeln, damit, wie gesagt, die Lotto-Blogs uns das Leben nicht schwer machen können. Alles Gute, mach's gut und bis bald. Ciao.